Max Beckmann Max Beckmann war ein deutscher Grafiker, Bildhauer, Autor, Hochschullehrer und Maler. Seine Werke können sowohl dem Expressionismus als auch der neuen Sachlichkeit zugeordnet werden. Der Künstler wurde 1884 in Leipzig als Jüngstes von drei Kindern geboren und starb 1950 im Alter von 66 Jahren in New York. Während Max Beckmann die Schule besuchte, war er zwar kein guter Schüler, zeigte aber früh großes Interesse für die Kunstgeschichte sowie für fremde Kulturen. Nachdem er für die Kunstschule Dresden keine Zulassung erhielt, bestand er mit 16 Jahren die Aufnahmeprüfung an der Großherzoglichen Kunstschule in Weimar. Dort wurde er von Karl Friedhoff Smith unterrichtet, den Beckmann Zeit seines Lebens als seinen einzigen Lehrer anerkannte. 1903 unternahm Beckmann für mehrere Monate eine Studienreise nach Paris und lernte dort neben spätgotischen Kunstwerken ebenso die Werke von Paul Cezanne und Vincent van Gogh kennen. Hier entstanden auch Beckmanns erste Vorstudien zum späteren Junge Männer am Meer. Im Anschluss an seine ausgiebige Reise richtete er sich in Berlin sein neues Atelier ein und schloss sich der Berliner Sezession an, wo er fünf Jahre später zum jüngsten Vorstandsmitglied gewählt wird. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges im Jahre 1914 meldete sich Beckmann als Freiwilliger im Sanitätsdienst. Die Erfahrungen, die er in den Lazaretten sammelte, sorgten jedoch für einen psychischen Zusammenbruch, woraufhin er entlassen wurde. In seinen Zeichnungen und Radierungen schildert er seine Eindrücke des Krieges. Die Bilder wirken simpler, gleichzeitig aber auch kantiger und expressiver. 1929 nimmt Beckmann die Stelle als Professor in Frankfurt am Main an, wo er 1933 fristlos entlassen wurde. Von nun an nahmen die nationalsozialistischen Angriffe auf den Künstler zu. Er wurde zu einem der meistgehassten Künstler und seine Werke waren in der Nazi-Ausstellung Entartete Kunst stark vertreten. Einige wurden verbrannt. Gemeinsam mit seiner Frau Mathilde von Kaulbach emigriert er nach Paris und später nach Amsterdam. 1947 zog er in die Vereinigten Staaten von Amerika, wo er an der Washington University Art School eine Gastprofessur übernahm. Zwei Jahre später wechselte er an eine Kunstschule in New York, wo er 1950 an einem Herzinfarkt starb.